Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Hunter. Wir befinden uns hier auf einer Karte, die wir noch gar nicht gespielt haben, nämlich heißt die Transsilvanien. Sieht auf jeden Fall sehr bergig und interessant aus. Und mein Ziel ist es für die heutige Folge, einiges an Geld zu verdienen, damit wir neue Waffen kaufen können. Also es wäre ideal, wenn wir irgendwie gleich einen großen Hirsch mit einem schönen Geweih oder so erlegen oder einen Bär. Oder vielleicht hier auch so einen schönen Bock, die scheint es ja auch zu geben. Ist mit den Hörnern bestimmt auch ordentlich was wert. Ich habe übrigens auch eine neue Flinte gekauft, kann man leider kein Visier drauf machen. Aber das heißt, wenn wir da mal Vögel sehen oder so, können wir auch auf diese dann schießen vernünftig. Ansonsten spielen wir weiterhin mit der Remington. Und ich habe auch nochmal so einen Rehcaller mitgenommen. Also wenn wir da Marie, Tinten oder Hirsche, sollten wir die damit, glaube ich, anlocken können. Ich würde aber sagen, wir düsen jetzt erstmal los. Die Karte ist echt wunder, wunderschön. Oh, wie schön das Wasser hier durchplätschert. Dann überall diese ganzen Hügel und die Straße schlängelt sich da durch. Sieht schon nice aus. Ich glaube, ich fahre jetzt auch einfach mal hier rechts lang. Ich kann ja gleich mal da oben auf dem Hügel kurz anhalten und dann schauen wir uns mal um, ob wir da was sehen. Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden an Tieren. Aber hier ist so ein Fragezeichen, da wollte ich jetzt gerne mal hinfahren. Das Fragezeichen müsste ja irgendwo hier sein. Ja, weiter links. Schreib mal kurz aus. Ich bin eigentlich genau vor uns. Leute, da unten sind Tiere. Ich habe eine Herde Wildschwein entdeckt. Versuchen wir uns am besten jetzt gleich ein schönes Männchen raus. Oben rechts seht ihr dann immer die Bewertung und so. Versuche immer noch ein bisschen näher heranzukommen. Das ist nämlich auch so ein Jägerstand. Klettern wir jetzt einfach mal hoch. Ich denke mal, so ein fettes Wildschwein kann schon ordentlich was wert sein. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht weg, wenn ich da hochklettere. Gibt es aber keine Zwei-Sterne-Dinger, glaube ich. Ein Jungtier. Ein Jungtier sollte ich, glaube ich, gar nicht abschießen, weil die haben keine Bewertung. Vermutlich eher das Männchen hier. Nehmen wir das doch. Wir haben leider gerade nicht so den besten Schuss, weil das halt mit dem Rücken zu uns steht. Also das hier könnte ich besser abschießen. Aber das war, glaube ich, ein Weibchen, ne? Ne, das ist auch ein Männchen. Dann können wir das auch nehmen. Versuch's mal. Okay, wir müssen jetzt... Ach, die Entfernung nochmal checken. Hab ich gerade gar nicht gemerkt. 130 Meter. Ja, das bist du. Ne, wir nehmen schon den da. Der ist schön fett. Ne, wir nehmen den vorderen. Oh nein, jetzt laufen sie los. Wir müssen uns weilen. Zero mal auf 150 Meter dann. Vordere ich es. Die rennen jetzt alle weg. Ich hoffe mal, der hat gesessen. Was der auch down geht. Wir gehen mal gucken. Ich muss natürlich jetzt auch vorsichtig sein, weil Wildschweine können auch sehr aggressiv werden. Nicht, dass ich hier noch gekillt werde. So, wo war jetzt der Hit? Da tue ich mich echt immer noch schwer, das zu finden. Wild End gibt's ja auch. Oha. Wo ist jetzt der Treffer gewesen? Ich finde diesen Blutfleck nicht. Ich hab keinen Plan. Muss irgendwo hier gewesen sein. Aber in dem Spiel tue ich mich da immer echt schwer, so Blutflecken zu finden. Ich weiß aber schon mal, dass hier Enten und Gänse sind. Also das heißt, wir könnten vielleicht nachher auch noch auf Vögel schießen. Ich seh hier aber auch nicht. Ich seh hier immer nur diese Gebiete. Golden auf glänzen. Ah, hier ist die Blutspur. Okay. Das heißt, dann verfolgen wir die mal. Man sieht das halt echt immer sehr schlecht. Sieht man richtig schlecht. Kleine Menge Blut nur. Das ist nicht gut. Egal, wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung. Mit den Spuren, das ist keine Ahnung. Da bräuchte ich echt eure Tipps in den Kommentaren, wie man das am besten macht. Ich verliere die so schnell aus den Augen. Und das dauert halt auch immer alles ewig. Ich weiß mal, die spottet, die Sachen. Die Wildschweine sind halt jetzt schon über alle Berge. Hier steht fest. Weiß halt auch nicht, ob das down gegangen ist oder nicht. Oh, da ist irgendwas. Ah, guck mal. Ich habe den ersten Vorteil freigeschaltet. Okay. Vielleicht wird das mit den Spurenverfolgung besser, wenn ich mehr Vorteile habe. Können wir mal kurz gucken. Vorteile. Aber was habe ich freigeschaltet? Ach, das hier unten habe ich freigeschaltet. Jagdgespür funktioniert bei 10% größerer Entfernung. Oh, sehr gut. Hat das dann automatisch freigeschaltet. Interessant. Ich bräuchte irgendwas, um besser die Spuren zu verfolgen. Das würde mir helfen. Weil da bin ich echt schlecht drin. Aber das lernen wir bestimmt noch besser. Ist da noch ein Entlein? Ja, die laufen da am Land. Das Problem ist, bei den Enten muss ich halt echt nah ran. Weil wenn ihr mal schaut, hier die Plinte. Die kann ich halt nur auf 25 Meter zeroen. Das heißt, wir müssten eigentlich den entsprechend nah rangehen. Das sind jetzt noch 160 Meter. Ich hoffe, die sind nicht so scheu. Boah, die hat zwei Sterne. Die anderen fliegen davon. Ich habe aber, glaube ich, einen erwischt. Ja, da liegt einer. Sehr schön. Die haben wir komplett zersied. So, was bringt die uns jetzt? Acht. Okay, das war auf jeden Fall nicht gut. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Eine Weibliche habe ich erschossen. Oh Gott. Trophäenbewertung schlecht. Oh, jetzt habe ich auch noch auf die Falsche geschossen. Oh, wie bitter. Aber ich habe die auch voll durchsiebt. Mit Schrot. Ja, war jetzt nicht so gut. Egal, hauptsache, wir haben eine Ente erwischt. Oh. Okay, die Waffe scheint auch auf Distanz zu funktionieren. Wollte ich jetzt einfach mal testen. Wird es wissen? Das heißt, irgendwo da vorne müsste jetzt noch eine Ente liegen. Ich hoffe, die finde ich jetzt auch. Okay. Ich muss halt wirklich nicht so nah ran. Das ist schon ganz schön krass. Die kann man auch easy so vom Himmel holen. Aber ich wollte jetzt auch nicht, dass die ganze Herde ausrotten. Ach guck mal, das sieht man sogar richtig gut in der Jagd. Ich finde ein totes Tier ist, glaube ich. Ja, das ist ein Erpel. Sehr schön. Den haben wir da auch voll durchsiebt. Aber auch nur Fleischtreffer. Aber es ist nicht relativ normal mit Schrot, dass man nur Fleisch macht. Der hat jetzt auch zumindest eine Trophäenbewertung von 1. Nehmen wir mit. Ist aber halt auch nicht viel wert, ne? Ich finde halt jetzt die andere Ente schon wieder nicht. Das mit den Spuren lesen hier ist echt sehr gewöhnungsbedürftig noch. Also da tue ich mich super schwer. Also eben wahrscheinlich da echt falsch zu machen. Ich kann jetzt halt jetzt hier nur ungefähr rumlaufen, wo ich gesehen habe, wo sie abgestürzt ist und halt mit dieser Sicht gucken. Ansonsten ist es halt auch echt schwer, weil hier so vieles, viel hohes Gras und Schilf und so ist. Also ich glaube, ich muss auch hier wieder jetzt aufgeben. Weil für 7 Dollar, die ich dann im Endeffekt dafür bekomme, ist es halt die Zeit irgendwie nicht wert. Kein Plan, wo die ist. Das ist echt bitter. Wenn man alle seine Tiere so verliert. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen die Berge hochgekraxelt. Das sieht auch hier alles richtig, richtig schön aus. Ich habe hier aber noch nichts von Tieren oder so gesehen oder gehört. Aber hier sind auch so ein paar kleine Krampelfahrer. Den folge ich jetzt einfach mal so ein bisschen nach oben. Oh, liegt hier Kot? Tatsächlich. Wildschweinspuren sind hier. Das erste Lebenszeichen seit Ewigkeiten. Es ist halt nicht ein Tier gefunden. Ich bin echt schon super weit gelaufen. Es sieht nicht weit aus, aber das hat echt lange gedauert, hier hin zu laufen. Wir müssen mal gucken, wie groß die Map ist. Also, das ist schon riesig. Aber die Frage ist halt, jetzt verfolge ich diese Wildschwein-Spur? Also man sieht hier ganz klar den Pfad. Jetzt sollten wir das mal machen. Kann man denn sehen, wie alt so eine Losung ist? Getrocknet. Getrocknet ist schlecht, ne? Wir folgen einfach mal den Trampelfahrt hier. Ich glaube, man muss in dem Spiel echt mehr mit diesen Pfaden arbeiten. Ich verlasse mich da, glaube ich, immer zu viel auf so Fußspuren oder so, aber ich glaube, ich muss echt mal gucken, wo halt diese Schneisen sind. Ich glaube, daran sieht man das immer ganz gut. Oh, da sind sie. Das ist jetzt richtig gut. Oh, wie viele das sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall eins mit einer guten Bewertung haben, eigentlich. Ich hätte gerne einen Caller, dass ich die zu mir locken könnte. Oh, vier Sterne. Das ist das Tier, was wir haben wollen. Oh mein Gott. Der Schuss muss jetzt sitzen, Leute. Oh mein Gott, ich habe komplett reingefehlt. Ich habe komplett reingeschissen. So ein Mist. Oh nein. Da laufen sie davon. Kleine Menge Blut, klar. Das ist schlecht, ne? Ich darf jetzt nicht aus den Augen verlieren. Ich muss jetzt vorsichtig da hinterher laufen. Oh, jetzt verschieße ich ein Vier-Sterne-Tier. Ich fasse es nicht, weil ich zu ungeduldig bin. Ich habe auch nicht auf Zeroing geguckt. Ich habe schlecht gezielt. Ach, war das Wurfe. Ich hatte so einen klaren Schuss. muss ich wenigstens die Spur vernünftig verfolgen. Vielleicht können wir da noch mal einen zweiten Schuss setzen. Man sieht das halt wirklich fast null. Das ist halt hier im hohen Grasversteck. Aus dieser Sicht sieht man das halt nicht. Ich denke, man muss echt ab und zu mal stehen bleiben und einfach warten, weil ich habe es jetzt nur gesehen, weil es halt ab und zu dann richtig gut aufblinkt. Ah, dann sieht man das auch weiter. Das ging gerade bis hier. Vielleicht muss ich einfach mal stehen bleiben. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ich glaube, man muss einfach stehen bleiben ab und zu. Wir warten jetzt mal auf den nächsten, dass es wieder hilft. Da wird er vorne, oder? Also es scheint echt viel Blut zu verlieren. Irgendwann müsste es doch auch mal aufhören zu bluten. Ich denke, über so eine offene Fläche kann ich dann auch ein bisschen schneller den Spuren folgen. Dann sieht man die wenigstens auch ein bisschen. Es ist halt nur so im dichten Wald, wo viel auf dem Boden und so rumliegt. Da sieht man das halt gar nicht mit den Spuren. Da sieht man die Spur wieder ganz gut. Ich hatte die Wildschweinherde noch eine ganze Weile verfolgt, aber habe sie dann leider aus den Augen verloren und habe dann irgendwann aufgegeben. Dann vor eine Pause gemacht und jetzt mich wieder eingeloggt. Wir sind einfach hier direkt vor der Haustür quasi Wildschweinherde Wildschweine. Da müssen wir uns mal ein bisschen in der Rand liegen, möchte ich da noch mal mein Glück versuchen. Also bis jetzt finde ich das Spiel um einiges schwieriger als die Hunter, aber das kann auch daran liegen, dass ich halt noch nicht so erfahren bin. Ich stelle mich wirklich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doof an. Aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn man ein neues Spiel spielt. So ein paar Fails und so gehören dann auch dazu. Daraus lernt man ja auch. Und das viele. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Sicht. Ja, das ist es. Drei Sterne. Also das Dunkle da. 100 Meter ist nämlich genau. Zeroen wir mal die Waffe auf 100 Meter. Dürfte der hier sein? Was läuft denn natürlich? Schuss sitzt. Da laufen sie. Ich glaube, der war ganz gut. Also es dürfte ein Lungenflügel oder so gewesen sein. Die laufen auch schon direkt zu meinem Haus. Sehr angenehm. Bringt da direkt den Braten vorbei. Ich schaue mir diesmal den Schuss auch an. Mittlere Menge Blut. Na, ich hoffe, der geht da unten. Ansonsten gebe ich für heute auf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, jetzt nochmal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Aber guck mal, das sind doch schon mal dicke Flatschen hier. Ist auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Und hier kann man die auch ein bisschen besser verfolgen. Hier hebt sich das Rot ein bisschen besser ab vom Boden. Ich habe halt jetzt keine Ahnung, wo der nächste Fleck ist. Und wenn ich mich jetzt umdrehe und den Alten suche, dann finde ich den halt auch wieder nur ganz leicht und schwer mit der Sicht. Ich glaube, ich bin da einfach zu ungeduldig für. Oder ich mache halt irgendwas Falsches. Sie müssen mir echt in den Kommentaren helfen. Aber ich finde das wirklich frustrierend. Das ist bei The Hunter deutlich besser gelöst, weil das da alles ein bisschen schneller und dynamischer ist. Aber jetzt stehe ich hier wieder, bin in die richtige Richtung gegangen und sehe nichts. Und die Sicht hilft mir auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge noch schön mit einem Fangen beenden, aber ich weiß halt wieder nicht, wo der nächste Blutfleck ist. Es ist einfach zum Mäuse melken. Das kann es doch nicht sein. Und jetzt findet man halt auch wieder den anderen Fleck nicht vernünftig. Also das müssen die echt besser hervorheben. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu schwierig, so wie es jetzt ist. Ich renne jetzt einfach mal den Berg da hoch und dann, keine Ahnung, wenn wir dann dort nichts sehen oder finden, dann ist es halt so. Dann werden wir die Folge jetzt mit einer Frustration beenden. Und wir machen nichts. Dann muss ich erstmal eure Tipps oder so lesen. Aber ich habe ja auch die Wildschweine gesehen, wie sie hier hochgelaufen sind. Aber mit den Spuren komme ich einfach nicht klar in diesem Spiel. Man sieht ja auch gar keine Wildschwein-Spuren oder so. Das war ja eine ganze Herde. Auch kein Kot oder irgendwas. Ich würde mal sagen, das Wildschwein wird wahrscheinlich irgendwo rumliegen oder es lebt noch. Ein bisschen kommen. Das werde ich wohl nie rausfinden. Ja, Leute, ich habe es jetzt aufgegeben. Aber ihr könnt ja dann, wie gesagt, gerne Tipps und so in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da ein bisschen besser auskennt. Ich tue mich bei dem Spiel echt noch ein bisschen schwer, was die Spuren angeht. Und ja, es ist halt schon anstrengend, das zu verfolgen, die Spuren. Man muss dann immer wieder ständig umdrehen. Dann muss man die Spur von vorher wieder suchen, weil die auch nicht auf der Karte markiert ist oder sowas. Und das macht das Spielen einfach frustrierend. Also es ist wirklich frustrierend. Das kann man nicht anders sagen. Aber ansonsten, das Gameplay und das Spiel sieht auch wunderschön aus. Das macht schon alles richtig, richtig Spaß. Das Einzige, was ich halt doof finde momentan noch, ist das mit den Spuren. Aber vielleicht habt ihr da ja eine Lösung oder so. Ich würde mich aber trotzdem über ein Like freuen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.